Da ist er! Hier ist er! Der kommt dir ein! Oh, ne goldene Scarf wird irgendein Ehrenmann. Oh, scheiße, ich bin nicht reingelogen. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Macamagall und willkommen zu meinem Gameplay auf diesem Kanal. Jetzt gibt's wieder eine Runde Fortnite Battle Royale mit den Exos Primatus, dem Hightower und den Saftgirl. Hört man auch noch im Hintergrund. Jetzt könnt ihr in der Runde sehen, wie viel Liebe eigentlich Vettelfields geben kann. Ihr werdet es sehen. Wir waren selber überrascht. Und ja, wie der Titel eigentlich schon sagt, wir waren eigentlich nur unter Stress und am Boden. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Das war auch geil! Nein, ich wusste, das wusste! 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 Ich wusste los, wie man da mit dem Auto hinkommt. Ja, mit dem Auto kommt man hin, ja. Ist ja hinten beim Pennyhypeil. Ja, ich weiß es so. Na, früher bist du in der ganz vorne gekommen mit dem Auto, oder? Dann ist das so was für Thomas umgeheizt, wie so ein Irre und hat er alles angezündet. Entschuldigung. Entschuldigung, das ist Thomas mein Wahnsinn. Aber die Polizei kommt dann mal durch, ich weiß, in der Lagerfeuer gemacht wird, die kommen immer mit den Autos durch. Ja, ich weiß noch nicht, wie die das machen. Ja, der ist voll geil, die! Die haben Schlüssel für die Pfanne. Ja, aber da schreien noch auf. Was ist denn das? Vom Bügeln, das ist mein Schwanz. Macht der immer doch komische Geräusche, ist ja egal. Ja, wenn er folgt mit, ne? Die Lufttöpfchen und so, was willst du machen? Ja, richtig schön voll geschmattert, Junge. Ist auch geil, und wenn die Alten noch ins Maul pissen, Junge. Dann hast du das Wögen vergessen. Das Wögen, ja, hat er vergessen. Oh! Wer will eine grüne AR? Ich hab eine Lieder, eine Lothar Matthäus. Ja, besser krieg dein T-Shirt da nicht hin, dann, oder was er da auch ist. Was willst du denn schon wieder hier? Hast du René eigentlich schon weggebracht? Ja, ich hab noch noch René. Oh, ich hab hier noch eine Ska, wer will eine Ska haben? Ich will, ich will, ich hab's zuerst gesagt. Ich hab gerade eine aus der Kiste geholt, Junge. Komm her, Junge. Den findest du in einem Haus, weißt du? Ja, weil... Oh, Dreyfskars, ich hab... Wie doof. Thomas, ich hab für dich auch eine. Ist denn hier los, ey? Warte, komm her. Dreyfskars in einem Haus in Kettelfield. Hier hab ich schon mal für dich eine. Wo ist Thomas? Hier hab ich schon mal für dich eine. Und du hast du Goldene, ne? Ne, ne, war alles Lieder. So, kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Hey, nicht so aggressiv, Freundchen. Ja, das ist doch schon wieder. Stell dir mal vor, da wäre ein Team runtergegangen und wir den voran. Die kommen hier an mit Schaltern der MP und Schaltern, die haben alle drei Nisgar. Das ist doch total cool. Also wie Andy und ich äh, letztens, gestern oder vorgestern. Wo wir da... Anarchy Equus lang kommen, treffen zwei Idioten, die haben beide eine Goldene Ska und haben damit nix geschissen gekriegt. Ich glaub, das war sogar ein Video auch mit drin. Da waren wir auch erst mal überrascht. Was ist das für welche? Ey, ey, soll ich euch noch was sagen? Ich hab noch ein Ska. Ernsthaft? Nimm die mit, bevor ein anderer die kriegt. Spielst du Double Ska? 4 Ska? Ich nehm die noch mit. Scheiße, ich hab Ska gewählt. Wir haben Ska, wir brauchen keinen Ska. Ich brauch sowas wie ein scharfes Linger. Ich hab einen Ska gewählt. Sein Linger lassen sich. Ah, Andy, Andy, der kann nix. Ob du ihn das nur sagst oder nicht. Ich glaub, der ist grad gar nicht mehr in der Leitung. Das ist ne Kiste, die ich schon wieder keinen Ton macht. Ich hab äh, goldene Zwillingspistole. Voll geil. Oh, Thomas, du hast ja noch gar nix blaues. Toll, dann hätte ich mal den nicht. Ich hab einen großen für Thomas. Ich hab auch einen großen für Thomas, aber den zeig ich ihnen nicht. Ich glaub, den haben wir alle hier, den großen. Ey, Andy. Ich hab einen großen, ja. Hab direkt. Was? Wir haben gerade echt viel Ska gefunden. Tja, wärst du dabei, hättest du auch ne Ska. Hätten wir alle ne Ska. Das war auch übelst toll, ey. Nun gib, äh, Thomas, ne. Er hat immer noch einen großen für dich. Also einen Trank. Ich hab einen richtig großen, ey. Ich glaub, ich komm zu dir. Jetzt habt ihr, jeder hat eine Lotho-Mapie und so doll. Ja, ne, klar. Du hast ja keinen Bock gehabt. Ja, aber ihr wollt, und ihr denkt, ihr kommt damit weit, ja? Ja, klar. Wahrscheinlich nicht. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich nicht. Ja, ich hab mich doch gehört. Das wollte ich gefallen. Ja. Weil das immer so ist. Wir hatten am Anfang so einen guten Hubs, und das Glück. Thomas redet mit zwei Skars rum. Er meint, er spielt Doppel-Ska. Doppel-Ska. Hä? Was labert er? Sechzig Schuss hat er denn. Ja, und dann, dann muss er erst nachladen. Ich hab noch meine Zwillingspistole, also besser geht nicht. Wo ist der hinten? Äh, 240. frisch ich glaube die sind gerade vom berg runter gekommen oder so die rassieren will ja ist diese kommen mit einkaufswagen was sind das wir hier natürlich hier ist auch mal zwillingspistole die hätten echt alles zumindest hatten aber nicht gereicht ich habe medikett mitgenommen so mädchen 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 ja ob sie erfahren sie mit einkaufswagen darum wurden sie mit dem einkaufswagen auf einen berg rauch was hast du denn da gemacht das war monsen ach so der der neue der orange streamt er schon wieder oder heute ist freilag mal leise ich verstehe gar nichts kann ich nicht lesen was steht da menschen mal leise ich verstehe da nichts kann das eine ich will in einem mini schild behalten nein ich habe ja der jacke wäre jetzt aufgenommen ein mini schild habe ich jetzt aber der ist außerhalb der das sind die boot außerhalb von der jetzigen zone von der neuen meinst du sie wie die hat muss so sagen die kämpfe ja ist wie heißt das bau battle ich spektate mal mit mir ja geil warum ist glaube ich keine mehr da unten damit eine einmal habe ich ihn getroffen ich habe auch nur 115 alle hier die feiten da richtig wir müssen doch sowieso zu uns hat einer noch sniper schuss für mich ich habe einen neuen schuss warte mal 27 easy peasy und wo uns das ding nur 115 schuss ist ja gut die zwillings pistolen haben ja auch noch schuss ich weiß ja und dann teilt sie brüderlich ja die zehn patronen die du aufnimmst hier waren wir hier drinnen so ein wichser geht da nicht durch kann ich das medical haben ist schön in der falle gelaufen ja bin ich hier ist eine kommt ihr bitte wieder zurück hier ist einer drin ich habe doch die holz steps gehört versteckt die unter der treppe unter der breppe ohne goldene skafe oh scheiße ich bin nicht reingelaufen hier ist noch medical medical ach könntest du dir hier ist eine goldene ska wer nimmt jetzt die ska mit Thomas hast jetzt Kerben die dinge weggenommen du Idiot die habe ich für Kerben hingelegt Thomas er saugt alles in sich rein ist mir egal kranker typ hat immer noch Munition für was hin mehr damit 277 teilt die mal auf nee das ist doch nicht ich habe das nicht mehr mitgekriegt dass er die scheiß Handel ist ist genau mal reingelaufen rückwirk rückwirk ich bin da natürlich wieder nicht aufgepasst hier oh oh rocket ah komm Thomas vergehen geil Thomas hier hier Thomas kann doch nur einen jetzt mal hoch scheiße hier hier er meldet sich schon Thomas hier was ist denn hier loben soll er oh und jetzt habt ihr natürlich kein Medikit weil Brian durch die Fallen alle weggesaugt hat nein alles gut er hat da auch noch ein Minik ah nee das das kämpfen sie jetzt scheiße alter ist doch nicht normal er kommt hoch er ist hier drinnen er kommt raus geil jetzt hält mich mal einer hoch immer noch hier drinnen die Zone kommt hilft mir ich brauche nie was grünes und blaues ich brauche auch was blaues hier ist ein rocket launcher ne nehm ich es uns auch das ist ein goldenes granat jetzt oh noch kommt bleiben da Minischilder übrig ich renne Zone habe ich keine Munition für den Schneeby ich habe ich habe kann den noch geben geil geil ja ich brauche unbedingt ah da ist der Bahnzeug ich habe es abgelegt da unten da unten da unten da 60 an der Grenze an der Grenze da wir wollen oh Kevin braucht auch noch blau Gott die sehen uns schon ja die sehen uns schon du hast kein Leben mehr lass uns beiden da rum sitzen ist doch scheißegal nehmt er meine weg äh ich krieg nochmal was blaues achso kannst wieder mitnehmen nachladen habt ihr rockets ich habe sieben stück willst du was haben ja ist egal ne ich habe fünf da oben fighten sie aber nicht schicht ich habe nicht schicht ich habe nicht schicht wir haben fight wir haben fight wir müssen in der Richtung weg 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 oder oder ja oder man hat er eins wie kann man so viel mehr haben lass rechts rum Thomas lass rechts rum nicht direkt in dem Sichtfeld Kim komm komm die Zone geht gleich los ich komm doch schon ach komm 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 wir gehen um den Berg rum alter da musst du runter bauen ist das ein krampier ja ich habe 228 ja ich habe hier null kills ich habe hier null kills ich hate die alle an aber ich ziehe keinen kill und Thomas muss die meisten haben ich habe euch gerade den Arsch gerettet ich habe da zwei kills alleine ja ich habe hier ja ich habe hier auch wir gut geschaut schon fach gibt es nicht warum nehme ich auch nicht den rocket launche oh ich habe einen Daumen Hilfe Hilfe Nein, Platz 4, ey. Ich hatte 4 Kills und 1 Klau. Er hatte 2. Ich bin mal kurz weg. Ja, ich bin auch mal schon. Okay, ich sag einfach mal, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Tüdelü. Gut, glleich am Niemal. Gut, glleich am Niemal. ... ... ... ... ... Vielen Dank.